Wir stellen mit Ihnen die Kunsthalle auf den Kopf. Jede Woche im August ein spannendes Motto bei freiem Eintritt. Die wilden 50er Der Orient Paris, Paris Barock Carpe Diem Feiern Sie mit uns. Rahmenprogramm mit Musik, Tanz, Kunst, Lesungen, Yoga und kulinarischen Genüssen. Kunsthallensommer 08.16. Kein gewöhnlicher August. Eintritt frei. Musik 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 Musik